Hallihallo, herzlich willkommen zum Veganer Athleten Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst. In der vergangenen Woche haben wir bereits über Personal Training gesprochen, das heißt Matthias Milgereit und ich. Wir haben definiert, was ist Personal Training, seit wann gibt es Personal Training, wie hat sich das Personal Training in unserer Gesellschaft etabliert und vor allen Dingen haben wir über die Vorteile des Personal Trainings gesprochen und auch über unseren Trainingsansatz. Wenn du das also noch nicht gehört hast, hör gerne nochmal rein. Ansonsten sprechen wir heute im zweiten Teil über Personal Training, darüber wie eine typische Trainingsstunde bei uns aussieht. Was kostet eine Stunde? Wo findet das Personal Training statt? Was wird vor der ersten richtigen Trainingseinheit gemacht? Das heißt, wenn man das erste Mal mit einem Kunden trainiert, welche Erfahrungen haben wir als Trainer mit unseren Kunden gemacht? Wie findest du einen Einstieg ins Personal Training? Wie überwindest du deine Angst, dich einem Personal Trainer zu stellen? Und woran erkennst du einen guten Personal Trainer? All das bespreche ich heute mit Matthias Milgereit. Viel Spaß dabei! Vegane Athleten – Dein Podcast für Fitnesstraining und Pflanzenkost mit Sebastian Fienes und Matthias Milgereit. Präsentiert wird der Podcast von dem Buch Der vegane Athlete – Deutsche Spitzensportler im Porträt. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hast du, Matthias, einen Lebenssinn eigentlich oder ein Lebensmotto oder hast du dir darüber Gedanken gemacht, was so deine Lebensaufgabe ist? Ja, also oder das ist jetzt eine komische Frage, aber für mich ist meine Antwort auf diese Frage, hängt mit meinem Beruf zusammen. Deswegen möchte ich dir die auch gerne stellen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, worauf du hinaus möchtest oder was so ungefähr bei dir die Richtung sein wird. Aber ich habe das für mich noch nie so definiert oder für mich auch bisher noch nicht so den Bedarf gesehen, das für mich irgendwie genauer zu definieren. Und ich denke mir immer, ich lebe mein Leben genauso, wie ich das leben will. Ich bin unglaublich glücklich und mit all dem, was ich bisher erreicht habe und auch erlebt habe und auch noch erleben werde. Und so manchmal denke ich auch wirklich, wenn ich so von außen auf mich sehen würde als jemand anderes, dann wäre ich vielleicht sogar ja nicht neidisch. Aber ich fände das, glaube ich, toll von außen betrachtet und genau das zeigt mir halt, dass ich eigentlich genau alles richtig mache halt in meinem Leben und mich da mit allem extrem gut bin irgendwie, so wie es halt läuft. Ich denke schon, man kann bei mir wahrscheinlich schon auch so eine Tendenz beobachten. Man sieht das natürlich in meiner Hauptberufswahl des Erziehungspflegers sieht man natürlich schon, dass ich schon irgendwie immer dazu geneigt war, in Richtungen zu gehen, wo ich anderen Menschen helfen kann. Und das spiegelt sich natürlich jetzt auch mit dem Personal Training und dem Coaching wieder, dass ich da jetzt nochmal mit einer ganz anderen fachlichen Kompetenz in einem ganz anderen Bereich auch nochmal Menschen helfen kann zusätzlich. Und ja, das macht einfach zufrieden, ist einfach schön, auch wenn ich zum Beispiel heute ist Sonntag. Sonntags tausche ich mich immer mit meinen Langzeit-Coaching-Kunden über Sprachnachrichten aus, hole einfach mal so ein, also gebe selber ein Feedback dazu, wie die Woche gelaufen ist. Ich sehe das dann über so Tabellen und so, wo halt, ich sage mal in Anführungsstrichen, die nackten Daten eingetragen werden, also Kalorien, Gewichtsverlauf, Training und so weiter. Gebe dann dazu immer halt so ein Feedback, so hey, alles gut gelaufen und so, sieht super aus, sind auf einem guten Weg oder hey, achte mal da und da drauf, dass du den und den Punkt noch so ein bisschen verbesserst oder so. Und fordere dann halt auch immer von den Kunden noch eine Sprachnachricht ein, auch bewusst eine Sprachnachricht und nicht einfach eine Schriftnachricht, weil das einfach Emotionen viel besser aufhängt. Und ja, möchte dann einfach nur mal so wissen, wie geht es dem Kunden, wie läuft es, wie fühlt er sich und wie empfindet er das Ganze, den ganzen Prozess und so, wie geht es ihm damit. Und heute war halt zum Beispiel wieder, habe ich halt die Sprachnachrichten-Feedbacks bekommen von den Kunden und die waren halt super glücklich, zufrieden damit, dass es halt in genau die Richtung läuft, wo sie wollen, wo es hinläuft. Und haben dann irgendwie sich halt auch nochmal bedankt und so und das, ja, das macht schon wirklich glücklich. Ja, finde ich auch, es ist ein schöner, dafür lohnt es sich doch zu leben, anderen Menschen zu helfen und dann halt auch so, es ist ja nicht so, dass man das unbedingt erwartet, aber es ist natürlich schön, wenn man dann halt ein positives Feedback oder ein Danke zurückbekommt. Ja, ich kann mich auch an, hat sich auch ein Kunde bei mir bedankt, der hat seine Halbmarathon-Bestzeit verbessert. Ja, also er ist gelaufen und hat seine Zeit verbessert und ich war mit ihm vielleicht einmal laufen oder so, der kommt zu mir, um halt Krafttraining zu machen. Ja, und er meint aber, Sebastian, ohne dich hätte ich das nie geschafft, ja, ohne dein Training hätte ich mich nie jetzt mit meinen, ich weiß, wie alt ist er denn jetzt, über 50 Jahren, meine Halbmarathon-Bestzeit, der ist schon viele gelaufen, ja, hätte ich die nie verbessert. Und er meinte, das Training, das hat ihn trotzdem da eingebracht, obwohl es halt eine ganz andere, ja, das eine ist das Krafttraining, klar mache ich auch mal ein Kraft-Ausdauer-Zirkeltraining oder sowas und auch mal ein paar Tabatas von vier Minuten, also hochintensives Ausdauer-Intervall-Training, aber jetzt nicht wirklich ein zielführendes Ausdauertraining, wo man halt mit irgendwelchen Tempoläufen oder Intervallläufen oder sowas. Und trotzdem kommt dann dieses Danke, wo ich mir sage, ja, nehme ich gerne an, letztendlich bist du den Lauf gelaufen. Ja, es ist sehr schön, also das geht auch in die Richtung, was mein Lebenssinn ist oder meine Lebensaufgabe, die sehe ich auch darin, dass ich halt anderen Menschen helfen möchte, ein fitteres, leistungsfähigeres und gesünderes Leben zu führen. Und das mache ich halt, indem ich halt, ja, Personal Training gehört dazu, ich helfe anderen Menschen halt schneller, ihre Ziele zu erreichen, fitter zu werden, gesünder zu werden, abzunehmen, Muskeln aufzubauen, was auch immer. Aber auch mit anderen Methoden, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meiner Internetseite wieder einen Blog-Eintrag mache, dass ich über ein bestimmtes Thema was schreibe, helfe ich auch anderen Menschen, die das halt lesen, die lernen was dazu oder lassen sich halt inspirieren davon. Genau das Gleiche mit meinen Büchern, die ich geschrieben habe. Dadurch kann ich anderen Menschen helfen oder auf Instagram-Stories oder Instagram-Beiträge oder hier den Podcast, den wir machen. Ja, machen wir auch, um halt andere Leute zu inspirieren und zu motivieren, ja, fitter und leistungsfähiger zu werden. Ja, oder auch YouTube-Videos, was auch immer. Es gibt halt viele Möglichkeiten, wie man andere inspirieren kann, ermutigen kann, motivieren kann, etwas Gutes für ihre Gesundheit zu tun. Und, ja, oder was halt noch bei mir auch noch dazu kommt, was halt meinen Lebenssinn dann auch entspricht, dann halt die Kurse, die ich gebe, wie jetzt zum Beispiel letztes Wochenende oder dieses Wochenende mit meinem Nordic Walking Kurs oder auch meine Fitness-Wochenenden von Freitag bis Sonntag, Functional Training und Yoga Camp oder auch meine Präventionskurse, die ich gebe. All das in der Summe führt dazu, dass ich anderen Menschen irgendwo helfe, fitter, gesünder und leistungsfähiger zu werden. Und das ist so mein Lebensmotto oder auch der Lebenssinn, den ich mir gegeben habe, wo es sich für mich lohnt, wo ich jeden Morgen aufstehe und mich freue darauf, ich kann jetzt wieder jemandem helfen, egal was ich halt mache, von all den Sachen, die ich halt genannt habe. Ja, wie sieht denn eine, kannst du vielleicht mal so eine typische Trainingsstunde von dir, wenn du jetzt ein Kunde zu dir kommst, gibt es so eine typische Trainingsstunde? Ist natürlich sehr, sehr individuell, keine Frage, aber dass du mal einfach mal so ein bisschen Einblick gibst, wie so eine Trainingsstunde bei dir ablaufen würde. Ja, also das ist wirklich extrem individuell und komplett verschieden. Also ich biete ja auch noch das Langzeitcoaching an, das wäre jetzt ein bisschen zu viel, das jetzt zu arg auszuführen, aber das Langzeitcoaching ist halt getrennt vom Personal Training. Also man kann beispielsweise Kunde im Langzeitcoaching sein, wo ich, wie gesagt, da mache ich halt diese Geschichten über die Tabellen, die ich mit dem Auge behalte. Ich gebe halt Richtungen vor, was die Ernährung angeht, wenn jetzt zugenommen oder abgenommen werden will, beobachte das mit und mache dann auch entsprechend den Trainingsplan, wo dann halt die Kunden für sich alleine trainieren können, berate auch in Richtung Supplements und so weiter und so fort generell Lebens-, also so Lifestyle-Sachen, die dann auch Auswirkungen auf Gesundheit und Fitness haben. Also ja, ganz, sind sehr, sehr intensive Begleitung und Betreuung. Und die Kunden, die da drin sind, die kommen natürlich auch hier und da dann mal ins Personal Training, also beispielsweise kriegen Trainingsplan und haben da Übungen drin, wo die dann irgendwie sagen, okay, ob die jetzt so ganz sitzt, bin ich mir jetzt so ein bisschen unsicher, so ganz fühlt sich das noch nicht so richtig an. Ich mache das im Allgemeinen schon auch über Videoanalysen, also ich schaue dann, lasse mir auch von dem gesamten Training auch Videos schicken, also nicht von jedem gesamten Training, aber so, dass ich in einem regelmäßigen Abstand jede Übung immer mal sehe, wenn die Kunden alleine trainieren und habe da schon so ein grobes Auge drauf, dass da halt nichts irgendwie völlig falsch läuft. Aber wenn man dann beispielsweise eine Kniebeuge lernen will oder sowas, dann muss man schon ein richtiges Personal Training machen. Das kann schwer nur über Videos und sowas laufen. Und da kommen dann halt schon mal Kunden, die aus dem Langzeitcoaching kommen, dann ganz gezielt für einzelne Übungen und Sachen dann zu mir fürs Personal Training. Und das sind dann natürlich Personal Training Stunden, die laufen natürlich dann ganz zielgerichtet. Also wenn jetzt beispielsweise jemand kommt und sagt, so, also irgendwie Kniebeuge und Kreuzheben, das sind so zwei Übungen, die laufen mir gerade irgendwie noch nicht so rund. Und dann mache ich natürlich auch in dem Personal Training dann, abgesehen von Aufwärmen und Mobility, was halt dann zu der jeweiligen Übung zielgerichtet gemacht wird, wird dann halt ganz speziell an dieser Übung dann halt gefeilt und gearbeitet. Wohingegen halt so eine ganz allgemeine Personal Training Stunde, was ich ja auch gebe, also ich gebe ja auch Personal Trainings für Menschen, die jetzt nicht in meinem Langzeitcoaching sind, und da mache ich dann halt auch je nach Trainingsstand entweder halt ein Ganzkörpertraining oder ein Split-Training. Das kommt dann natürlich auch wieder ganz individuell drauf an. Aber da wird dann halt einfach so ein komplettes Training halt einfach mit Begleitung durchtrainiert und sich dann nicht zu sehr an nur zwei oder drei Übungen aufgehalten, sondern da wird dann halt schon so eine Trainingseinheit einfach durchgepowert. Bei mir geht es auch eher in Richtung Workout, also seltener ist es so, dass jemand sich halt in bestimmten Sachen halt verbessern möchte, sondern das ist halt die meisten Kunden, die zu mir kommen, die wollen halt wirklich eine Stunde ein Workout haben oder 75 Minuten. Ich kann ja mal eine typische Trainingseinheit von mir skizzieren, also es fängt meistens mit einem Aufwärmprogramm an. Ich habe halt so ein Mini-Trampolin hier in meinem Trainingsraum, da werden erstmal so, ja um erstmal das Herz-Kreislauf-System ein bisschen in Gang zu bekommen, das ganze Lymph-System, mache ich so ein paar, fünf Minuten lang so ein paar Sprungübungen auf dem Mini-Trampolin. Dann geht es weiter mit aktiv-dynamischen Dehnungsübungen. Da habe ich halt auch so eine Mobility-Routine, würde ich es fast schon nennen, mit vier komplexen Mobilisationsübungen, wo halt alles einmal bewegt wird, ja mit komplexen Übungen. Es ist jetzt zu kompliziert, die zu erklären, wie die aussehen, aber es hat schon einen Sinn. Und dann, mein Hauptteil besteht dann halt aus, ja, funktionellem Krafttraining. Funktionell heißt dann in dem Fall auch, es ist Krafttraining immer, wo auch eine komponente mit dabei ist. Dass ich halt Krafttraining mache, wo ich zum Beispiel, wo ich auch nur auf einem Bein stehe oder auf dem Balance-Pad oder auf dem Bosu-Ball, wo ich halt Instabilität mit dabei habe, um einfach auch die Sensormotorik mit zu trainieren, zusätzlich zu der Kraft. Das hat so mehrere Fliegen auch mit einer Klappe Schlage, also nicht nur Muskulatur, sondern halt auch Nervensystem, Stabilität, Gleichgewicht, Koordination, dass das immer mit dabei ist. Und dann, je nachdem, was für einen Kunde ich dann noch bei mir habe, mache ich auch gerne mal noch zum Abschluss so ein Tabata-Training von vier Minuten, also ein hochintensives Ausdauerintervall-Training mit fiesen Übungen wie Burpees oder auch Strecksprünge, Scherensprung, Sprungkniebeuge, Hampelmann, Kniehebelauf, Anfersen, Quiffern, Tempo-Bergsteiger oder so. Ein klassisches Tabata besteht ja aus acht Sätzen a 20 Sekunden mit jeweils zehn Sekunden Pause dazwischen. Also es ist wirklich, dass die Herzfrequenz, die ist bei Max, ja, also bei 90 bis 100 Prozent. Und die zehn Sekunden Pause reichen auch nicht aus, dass man sich komplett erholt. Also man geht da eine Sauerstoffschuld dann auch ein, ganz, ganz gewollt. Ja, und je nachdem, wie fit der Kunde ist, macht er dann vielleicht sogar noch ein zweites Tabata hinterher, also eine zweite vier Minuten. Oder wenn ich jetzt eine übergewichtige Person vor mir habe, lasse ich das auch komplett weg. Ja, diese ganzen Sprung-Sachen. Und das ist halt dann wieder sehr individuell, wie je nachdem, wie fit der ist und was er für Voraussetzungen mitbringt. Und meine Stunde schließt dann ab, meistens mit einem Assisted Stretching. Also das ist mein Cooldown, dass der Kunde dann quasi nur noch auf dem Rücken, auf der Matte liegt. Möglichst versucht, alles locker und entspannt zu lassen und ich ihn dann einmal komplett durchdehne. Das dauert dann nochmal so zehn Minuten zum Abschluss. Und es fällt vielen Kunden auch gar nicht so leicht, einfach mal loszulassen, locker zu lassen. Sie müssen jetzt nicht mehr anspannen. Einfach diese Kontrolle abgeben, das ist gar nicht so leicht. Genau, so sieht das in so einer klassischen Stunde aus und die dauert dann halt zwischen 60 bis 75 Minuten. Ja, da sieht man, dass sich unsere Ansätze komplett voneinander unterscheiden. Und das zeigt halt auch einfach, dass man auch, wenn man sich jetzt dazu entschließt, sich einen Personal Trainer zu nehmen, dass man natürlich auch zielgerichtet schauen muss, dass man jemanden für sich findet, der zu einem passt von den Wünschen und Zielen her. Ja, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Angebote auf dem Markt. Bei mir ist halt wirklich deutlich mehr oder einfach generell der Hauptfokus auf dem Bodybuilding. Darauf halt einfach möglichst effektiv Muskelaufbau zu betreiben, auch dem Kunden zu vermitteln, wie er dem einzelnen Muskel am besten spürt, wie er beste Übungsausführungen machen kann, um da den Muskel bestmöglich zu treffen. Und so auch intensiv, also bis an die Intensitätsgrenze halt auch zu gehen und bis an die Belastungsgrenze von dem Muskel und so weiter. Und ja, wenn man sich mal so auf dem Markt umschaut, da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Trainer. Also es gibt Bodybuilding-Trainer wie mich, es gibt Functional-Trainer wie dich, es gibt auch Leute, die sind eher ausgerichtet auf Ausdauer-Geschichten. Und ja, man sollte vielleicht auch tatsächlich schauen, dass man auch wirklich jemanden nimmt, der so seinen Fachbereich hat und wo dann auch der Fachbereich zu mir und meinen Zielen passt. Ja, also ich wäre immer vorsichtig mit Leuten, die angeblich alles können und in allem Experte sind. Das ist nämlich selten der Fall dann tatsächlich, sondern ja, sollte man einfach, ja, wie gesagt, sich denjenigen raussuchen, der da am besten zu einem und den eigenen Zielen passt. Ja, und wenn ich halt vorhabe, einen Marathon zu laufen, dann gehe ich nicht zu Matthias Milke-Reit. Also zu mir wahrscheinlich auch nicht. Ich bin auch noch nie im Marathon gelaufen. Halb-Marathon schon einige, aber ich kann es in der Theorie sagen, Trainingsplan, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt dann halt mitlaufen würde bei den ganzen Trainingseinheiten, wenn ich dann sechs von sieben Tagen laufen müsste. Ja, also alle Trainer haben auch ihre Daseinsberechtigung und es gibt auch verschiedene Trainertypen. Davon abgesehen jetzt von der Kernkompetenz gibt es eher die, oft mal jetzt mal die krassen Gegensätze, die Energizer, die Motivatoren, die Animateure, die auch die Peitsche rausholen und jetzt noch ein und hier und da. So, diese Trainer, die haben ihre Daseinsberechtigung. Ich glaube, dich würde ich ähnlich einschätzen wie mich. Wir sind eher die ruhigeren, sachlichen, aber wir fordern natürlich auch ein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir keine Motivation geben oder, aber wir sind jetzt nicht diese Animateure, die da halt irgendeine Rolle spielen. Diese Drill Sergeants aus dem Buch kennen. Drill Sergeant, genau. Ja, aber die sind halt auch cool und da muss halt jeder Kunde für sich wissen, was will er, was braucht er. Will er jemanden haben, der halt so ein bisschen, ja, Drill Sergeant ist oder will ich halt lieber jemand anderes? Und so hat jeder Trainer, zieht ja auch automatisch das Klientel an, was er selber auch ausstrahlt für eine Persönlichkeit. Und alle Trainer haben ihre Daseinsberechtigung. Alle Trainer können dann, wenn sie das halt professionell machen, auch davon leben, weil es gibt halt genug Menschen und die einen mögen eher das, die anderen mögen eher das. Also alles, alles okay. Ja, deine Preise, die hast du ja bei dir auch online stehen. Dann machst du ja jetzt auch, genauso wie bei mir, können wir ja auch offen drüber sprechen. Also bei mir kostet eine Trainerstunde 79 Euro. Wenn man eine Zehnerkarte sich nimmt, dann wären es halt 750 Euro. Also ich habe jetzt kein Abo-Modell oder sowas, sondern das wird halt erst abgerechnet, die Stunde oder diese Einheit, wenn die halt stattfindet. Es sei denn, jemand sagt halt kurzfristig ab, dann muss ich die dann auch berechnen, ja. Deine Preise? Ja, ich nehme für 90 Minuten Personal Training im Normalfall 89 Euro. Kunden bei mir, die im Langzeit-Coaching sind, bekommen 10% aufs Personal Training. Und ich biete auch dieses Modell der Zehnerkarte an, wo dann quasi das zehnte Training quasi kostenlos ist. Ja, und die Preise von, also es gibt jetzt keine festgelegten Preise unter Personal Trainern, aber daran erkennt man auch einen seriösen Personal Trainer, weil es gibt halt unheimlich viele Personal Trainer, weil es halt keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Jeder kann sich theoretisch Personal Trainer nennen, wenn er möchte. Wenn ein Training unter 50 Euro angeboten wird pro Stunde, dann ist es unseriös. Und dann ist es auch, meiner Meinung nach kann es kein guter Trainer sein. Und es gibt unter den Personal Trainern auch einen Ehrenkodex, kann ich auch ganz offen sagen, der besagt, dass man eine Stunde Personal Training nicht unter 50 Euro anbieten sollte. Ja, und wenn das Leute machen, dann machen die halt die Branche kaputt. Das ist auch nicht der Sinn der Sache, dass es halt, dass man halt irgendwie ein Personal Training für 20 oder 30 Euro anbietet. Das kann ich vielleicht als Student machen, aber dann bin ich kein seriöser oder professioneller Personal Trainer. Ja, das ist halt ein, daran erkenne ich, also da wollte ich halt auch noch drauf zu sprechen kommen, woran erkenne ich halt einen guten Personal Trainer. Das ist halt schon mal ein Punkt. Und diese Preise, die variieren auch je nachdem, wie erfahren ich bin. Ja, was habe ich halt für eine Ausbildung gemacht, wie viele Qualifikationen und Trainerscheine und so weiter. Ja, und die, es kostet ja auch alles Geld, sich vorzubilden. Das ist ja nicht günstig, ja. Je mehr Erfahrung ich gesammelt habe, desto mehr kann ich natürlich auch verlangen für eine Personal Training Stunde, weil desto mehr profitiert ja der Kunde auch von meiner Erfahrung. Abgesehen davon, dass das ganze Trainingsequipment auch unheimlich teuer ist und so. Und man kann ja tausend Gründe nennen, warum man jetzt diese Preise halt nimmt. Das hat alles einen Sinn, warum die Preise vermeintlich da sind, wo sie sind. Ja, in Berlin beispielsweise gibt es ja auch sehr viele Personal Trainer. Da ist die Range zwischen 50 und 120 Euro. Ja, ich liege da halt irgendwo in der Mitte. Ja, aber durchaus auch 120 Euro für eine Stunde. In München beispielsweise, wo die Leute halt besser verdienen, da ist es eher 70 bis 150 Euro. Ja, da ist dann das schon viel höher. Da wäre ich eher unten angesiedelt mit meinen 79 Euro pro Stunde. Ja, und dann habe ich mal geguckt, wie es in Amerika als Personal Training herkommt. In New York City 100 bis 300 Euro, ja, zwischen 100 und 300 Euro pro Stunde kosten da Personal Trainings. Und da zum Beispiel ein ganz bekannter Personal Trainer kennt man vielleicht, David Kirsch. Der hat halt sehr viele Prominente trainiert, wie zum Beispiel Heidi Klum oder Jennifer Lopez oder Kate Upton, Kerry Washington, Anne Hathaway, Liv Tyler und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr renommierter Personal Trainer in New York City. Der nimmt tatsächlich pro Stunde zwischen 400 und 600 US-Dollar. Wenn man einmal dieses Standing hat, das ist dann schon, da muss man als Trainer nur irgendwie 10 Stunden pro Monat machen. Da kann man dann schon ganz gut davon leben. Ja, da kommen vielleicht jetzt auch hier und da Leute und sagen, ja, in einer großen deutschen Fitnessstudio-Kette, wo ich jetzt mal, jetzt mal in dem Fall mal den Namen nicht sage, da bezahle ich für eine Stunde Personal Training. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, da war irgendwie eine Dreierkarte 90 Euro oder so. Ja, okay, wenn du meinst, dass das halt das ist, was du haben möchtest, dann kannst du es ja mal ausprobieren. Dann, ich habe das mal so beobachtet, was da so vonstatten geht, wie da so ein Training läuft und du bekommst halt immer, wofür du bezahlst. Und wie gesagt, ich nenne hier keine Namen, aber ich habe es halt beobachtet. Und da sind dann halt wirklich so Sachen, dass dann da irgendwie mit Händen in den Hosentaschen gelangweilt irgendwie neben den Geräten rumgestanden wird, während der Kunde halt trainiert und dann wird halt zwischendurch noch weggegangen. Nachdem eine Übung gezeigt wurde, geht dann dieser Trainer weg, verlässt den Ort, um halt weiß ich nicht was zwischendurch zu machen und kommt dann halt irgendwie nach fünf Minuten wieder, ja, das bekommst du halt dann, wenn du halt nur 30 Euro ausgeben möchtest. Ja, und den Ort hatten wir ja auch schon angesprochen, wo unsere Personal-Training stattfinden. Bei dir, du hast halt deinen eigenen Trainingsraum, den du halt für Personal-Training nutzt, oder du machst es dann halt online, quasi ein Online-Coaching auch, ne? Das ist eher beratend. Ja, das ist ja, genau, das ist ja halt das Langzeit-Coaching, was ich anbiete. Das ist halt nochmal was anderes als das Personal-Training. Das hat auch nochmal gesonderte Preise. Also da geht es dann halt tatsächlich, es ist dann tatsächlich eine monatliche Bezahlung. Also wird das nicht irgendwie stundenweise bezahlt oder so? Und ja, genau, also die Personal-Trainings finden in der Regel bei mir in dem Home-Gym statt. Wenn jetzt ein Kunde möchte, dass ich mit ihm in seinem Fitnessstudio trainiere oder so, dann mache ich das natürlich auch. Je nachdem, wo das dann ist, muss ich dann halt einfach auch eine Anfahrtspreise halt berechnen. Und dann muss halt der Kunde auch dafür sorgen, dass ich halt in dieses Fitnessstudio dann auch Zugang bekomme, halt irgendwie über eine Tageskarte oder wie auch immer. Und sonst halt die Regel ist halt dann bei mir im Fitnessraum. Genau, ja. Als ich angefangen habe, Personal-Training-Stunden zu geben, als ich noch keine eigenen Trainingsräume hatte, da habe ich sehr viele Personal-Trainings wirklich bei den Kunden zu Hause gemacht. Dann bin ich halt mit meinem Equipment, so viel ich halt mitnehmen konnte, hingefahren. Natürlich habe ich mir vorher angeguckt, was sind da für Voraussetzungen. Oft ist es halt auch so, dass die schon so ein bisschen so Grund-Fitnessgeräte haben, wie so ein Terrabant oder vielleicht auch ein paar Kurzhanteln oder so. Das ist natürlich gut, wenn man dann diese schweren Hanteln nicht mitschleppen muss. Ja, da habe ich halt sehr viele Trainings wirklich beim Kunden gemacht am Anfang. Oder dann halt bei schönem Wetter auch draußen im Park. Oder halt eben im Fitnessstudio. Das waren so die drei. Und all die drei Sachen oder zwei Sachen. Also im Park trainiere ich immer noch sehr, sehr gerne, gerade wenn das Wetter schöner ist, weil man da selber halt draußen sein kann, Licht hat, Luft hat. Viele mögen es auch einfach draußen zu trainieren, auch wenn sie da teilweise halt beobachtet werden. Aber den meisten ist das halt egal. Ja, aber in erster Linie, gerade wenn das Wetter jetzt auch schlecht ist und den ganzen Wintermonaten, habe ich halt meine zwei Trainingsräume. Und der eine ist halt in Prenzlauer Berg und der andere ist halt in Berlin-Pankow. Genau. Da, die sind halt beide komplett ausgestattet mit allem wichtigen Sachen, die man halt für Functional Training braucht mit allen möglichen Kleingeräten. Und sind auch Matten ausgelegt, sodass man dann halt auch barfuß trainieren kann oder mitzocken. Da, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, dass die Leute jetzt keine Turnschuhe anhaben, also selten. Weil ein Turnschuh übernimmt natürlich auch immer die Stabilität für das Fußgelenk irgendwo. Und da ich halt auch viel sensomotorisches Training mit einbaue, will ich ja bewusst diese Instabilität, sodass die halt das Fußgewölbe mit kräftigen, das Fußgelenk mit kräftigen und so weiter. Ja, was, genau, vielleicht noch auf das Thema, was wird vor der ersten Trainingseinheit gemacht? Das habe ich ja auch schon angesprochen. Das ist jetzt nicht einfach so, dass die Leute dann sagen, die wollen Personal Training machen und fangen dann sofort an, mit mir zu trainieren. Nee, das ist halt wie beim Arzt, du musst erst mal wissen, um wen handelt es sich da. Und das zeichnet auch einen guten Personal Trainer aus, dass er erst mal eine ausführliche Anamnese mit dem Kunden macht, also ein Gespräch. Der Trainer, also ich, habe dann halt einen Fragebogen, wo ich halt so bestimmte Sachen halt frage, um halt einfach die, zum einen die Fitness- und Gesundheitsziele zu erfragen. Aber wichtig ist auch, die kranken Vorgeschichte zu kennen. Hat der Kunde irgendwelche Gelenkprobleme oder irgendwelche Einschränkungen, irgendwelche Disbalancen? Nimmt der irgendwelche Medikamente, Blutverdünner? Hat der irgendwelche Verletzungen mal gehabt, die immer noch Probleme bereiten? Hat der mal einen Bandscheibenvorfall gemacht und so weiter und so fort? Also dieses Gespräch, das kann gerne mal 90 Minuten dauern, wo halt die wichtigsten Parameter einfach abgefragt werden. Und dann der nächste Schritt sind dann eigentlich so Fitness-Tests auch, dass ich halt bestimmte Kraft-Tests mache oder Ausdauertests oder Flexibilitätstests, einfach zu gucken, schafft derjenige einen Klimmzug? Ja, oder wenn ja, wie viele? Schafft der Liegestütze? Wie viele? Dass man da erst mal einen Eindruck hat, wie ist das Fitness-Level des Kunden? Wo kann ich dann ansetzen, wenn ich jetzt mein Training wirklich plane oder meinen Trainingsplan mache, dass ich das auch das Ziel gerichtet habe, dass er weder unterfordert wird, noch überfordert wird? Das ist ganz wichtig, ja. Und Ausdauer kann man auch testen, indem man halt irgendwie eine Ausdauerbelastung macht und dann schaut, wie schnell steigt die Herzfrequenz an, wo ist vielleicht auch die maximale Herzfrequenz und wie schnell normalisiert sich die Herzfrequenz auch. Das ist ja auch ein Zeichen von Fitness. Wie schnell komme ich wieder auf den Normalzustand, auf den Normalpuls zurück? Und Flexibilitätstests, ganz einfach so eine Vorbeuge. Viele sind so unflexibel, dass sie mit den Fingerspitzen nicht auf den Boden kommen. So was checkt man ab. Und halt ein wichtiger Bestandteil ist halt auch der Functional Movement Screen bei mir, also FMS abgekürzt. Da habe ich auch eine Trainerlizenz drin. Da wird halt zum einen die Mobilität getestet, die Stabilität und auch die funktionelle Bewegungsmuster. Und das wird mit sieben verschiedenen Einzeltests durchgeführt. Und da kriegt man einen ganz guten Gesamteindruck, wo halt Stärken und Schwächen des Kunden sind, wo gegebenenfalls Disbalancen zwischen der rechten und linken Seite sind. Und dann kriegt man halt einen Score von eins bis drei Punkten für jeden einzelnen Test. Und dann gibt es halt eine Gesamtpunktzahl. Und drei Punkte ist, wenn der Kunde halt eine Übung, die man halt vorgibt von diesen sieben Tests, also wenn er einen Test komplett korrekt durchführt, kriegt er drei Punkte. Wenn man halt leichte Abweichungen hat, gibt es zwei Punkte. Und wenn es halt gar nicht möglich ist, den durchzuführen, wäre es nur ein Punkt. Und gerade da, wo es nur einen Punkt gibt, da muss man halt ansetzen. Und dann gibt es dann sogenannte korrigierende Übungen oder Corrective Exercises, um halt diese Schwäche auszulärzen. So Sebastian, sorry, ich muss mal ganz dringend auf Toilette. Das müssen wir jetzt blöd rausschneiden. Müssen wir nicht rausschneiden, ich rede einfach weiter. Geh mal auf Toilette. Du wippst schon die ganze Zeit hin und her, ja. Ich rede einfach weiter über den Functional Movement Screen. Macht mir auch total viel Spaß. Bis der Matthias dann von der Toilette wieder zurück ist. Jeder muss mal ganz normal. Genau, also sieben Einzeltests. Und da ist halt wichtig, diese Schwächen und Disbalancen zu erkennen. Weil wenn man die nicht erkennt und dann direkt mit einem Krafttraining beginnt, also Muskelaufbau betreibt, dann können sich diese Disbalancen auch verstärken. Und dann halt am Ende eine größere Abnutzung im Gelenk haben als vorher. Und dann irgendwann mittelfristig oder langfristig werde ich halt dann arge Probleme haben. Ja, deswegen ganz wichtig, vorher erst mal zu gucken, wie ist die Stabilität, die Mobilität und wie sind die funktionellen Bewegungsmuster, wie zum Beispiel eine Kniebeuge, bevor man dann direkt mit schweren Gewichten arbeitet. Genau, also das ist halt vor der ersten Trainingseinheit, das sind die Sachen. Also ausführliche Anamnese, einzelne Fitness Tests, wo ja die Kraft, Ausdauer und Flexibilität abgetestet wird, Functional Movement Screen und da gibt es dann noch verschiedene andere Sachen. Matthias kann ja auch mal sagen, was er dann halt so macht. Und ich kann ja schon mal darüber sprechen, was für Erfahrungen ich bisher mit meinen Kunden gemacht habe. Also sehr, sehr viele gute Erfahrungen, wollte ich sagen. Also viele, die bei mir beim Personal Training angefangen haben, sind bis heute mit dabei. Es ist halt so, dass wenn denen das Personal Training bei mir gefällt, dann kommt es halt oft dazu, dass ich dann halt, dass die halt eine Zehnerkarte dann halt kaufen und dann bleibt es meistens nicht nur bei der einen Zehnerkarte, sondern geht dann halt weiter auf die nächste und so weiter. Also den längsten Kunden, den ich habe, der ist jetzt mittlerweile seit Januar 2017, sind dann halt schon über sechs Jahre bei mir. Mit dem habe ich halt 393 Einheiten gemacht. Matthias, schön, dass du wieder dabei bist. Geht's dir wieder gut? Ja. Machst du denn vor der ersten richtigen Trainingseinheit, wenn du jetzt so einen Trainingsplan erstellst? Machst du sicherlich auch eine ausführliche Anamnese, oder? Ja, ja. Da finden natürlich Gespräche vorher statt meistens. Also wenn es Online-Kunden sind, dann halt über Videotelefonie. Ansonsten mache ich das auch sehr gerne in Person, weil Menschen, die halt irgendwie in der Nähe wohnen. Ja, und klar, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe, wie eben schon angesprochen, einen Kunden, der auch im Langzeit-Coaching ist, wo ich halt einen Trainingsplan schon erstellt habe und so weiter. Wenn der ins Personal-Training kommt, da weiß ich natürlich schon total, was Sache ist. Den beobachte ich vielleicht schon seit Wochen oder vielleicht sogar schon seit Monaten irgendwie halt über immer mal wieder Videos von den Übungsausführungen und seinen Trainingsplan habe ich ja dann auch im Blick und so. Also da weiß ich natürlich dann ganz genau und direkt, was irgendwie Sache ist und was jetzt gefragt ist und was gemacht wird. Und aber halt auch, wenn halt jemand ganz neu kommt und erst mal in Anführungsstrichen nur fürs Personal-Training kommt, dann muss natürlich erst mal ein ausführliches Gespräch stattfinden. Also alles, was du eben schon angesprochen hast. Also man muss natürlich erst mal klar haben, ist die Beweglichkeit überall gegeben? Es hat ja einige verletzungsbedingte Einschränkungen, irgendwelche gesundheitlichen Sachen, auf die man achten muss. Was ist überhaupt auch die Zielsetzung? Dann ganz individuell. Und da muss ich halt dann halt individuell halt die Personal-Trainingsstunde genau darauf halt ausrichten. Und es würde niemals ein Training bei dem einen Kunden genauso aussehen, wie bei dem anderen. Wie findest du einen Einstieg ins Personal-Training? Wie überwindest du vielleicht deine Angst, dich einem Personal-Trainer zu stellen, wenn man es mal so ausdrücken möchte? Ich kann mir vorstellen, dass es potenzielle, ich nenne sie bewusst potenzielle Kunden gibt. Die würden nicht gerne, aber die trauen sich nicht. Und da gibt es ja, woran erkennst du oder wie findest du erst mal diesen Kontakt, wenn du dich jetzt vielleicht nicht traust, jetzt einen Trainer anzustellen oder anzuschreiben? Also ich würde erst mal, also diese Mund-zu-Mund-Propaganda oder Empfehlungen sind halt ganz wichtig. Wenn du jetzt jemanden kennst, der schon Personal-Training macht, bei einem Trainer, der ist mit dem zufrieden, der kann dir ganz genau sagen, was das für ein Typ ist, ob der zu dir passt und was der so macht. Also diese persönlichen Empfehlungen, die stehen halt ganz oben. Dadurch gewinnen wir Personal-Trainer auch Neukunden ganz gut. Also das ist halt eigentlich so das Häufigste, was man so hat, wenn man Neukunden bekommt, dass man dann einfach dadurch, dass man halt weiterempfohlen wurde. Du kannst halt auch noch, willst du dazu noch was sagen? Nee, ich wollte nur bestätigen, es ist definitiv so, die meisten Kunden kommen halt über andere Kunden, also halt über dieses Mund-zu-Mund-Propaganda, ja. Ja, wenn du jetzt niemanden kennst, der Personal-Training macht oder wo du halt irgendwelche Empfehlungen bekommst, kannst du natürlich auch selber anfangen zu recherchieren. Kannst halt gucken, was wird in deiner Umgebung angeboten oder wenn du jetzt im Fitnessstudio angemeldet bist und da wird halt Personal-Training angeboten, kannst du natürlich auch da mal zuschauen, so ein bisschen, was macht der mit dem, wie interagiert der mit dem. Du kannst dir auch, wenn du jetzt eine Internetrecherche machst, dir Bewertungen anschauen, Google-Bewertungen oder so. Ja, Fitnessstudios habe ich angesprochen oder halt Social Media, da kann man sich halt auch ein bisschen informieren und gucken, da gibt es halt auch sehr viele Trainer. Ja, das wollte ich jetzt gerade auch schon sagen, also das ist natürlich auch ein wichtiges Werkzeug, würde ich sagen, mittlerweile auch halt für mich auch. Ich sehe jetzt nicht so, dass ich über Social Media, also ich mache halt eigentlich nur Instagram, ich sehe jetzt nicht für mich, dass es für mich eine direkte, gute Werbeplattform ist. Weil dafür kann man es halt zu wenig wirklich ganz klar zielgerichtet einsetzen. Es ist halt einfach so der Punkt, Instagram, du erreichst halt die ganze Welt und gleichzeitig niemanden. Aber was halt ein deutlicher Vorteil ist, Kunden, die zum Beispiel über eine Mund-zu-Mund-Propaganda da quasi kommen, über eine Empfehlung oder die auch nur mal irgendwie, weiß ich nicht, dich auf Google gefunden haben oder so, die können dann natürlich reingucken bei Instagram und einfach schon mal so ein Gespür dafür entwickeln, wenn da halt Videos sind, wenn da zum Beispiel auch mal hier und da eine Story gemacht wird, so einfach aus dem Alltag, wo derjenige mal so ein bisschen in die Kamera redet, kann man einfach schon mal so ein Gefühl dafür kriegen, ist es so ein Typ, der mir zusagt, wo ich das Gefühl habe, da könnte ich mir das vorstellen, dass der mich über einen langen Zeitraum begleitet oder habe ich eher so das Gefühl, so boah, nee, also so vom, der passt halt vom Typ her halt gar nicht zu mir. Also es ist halt super einfach, da schon mal so einen ersten Eindruck von demjenigen zu bekommen und finde ich halt schon auch wichtig und da kann man auch einfach mal so ein ganz unverbindlich schon mal so einen ersten Kontakt herstellen. Also man muss ja gar nicht demjenigen schreiben, hey, hast du noch irgendwie Kapazität, kann ich bei dir noch oder nimmst du Kunden? Selbst wenn. Keine Ahnung, also das kann man natürlich auch machen, aber wenn halt noch so diese Hemmschwelle da ist und man noch gar nicht weiß, möchte ich bei dem, möchte ich nicht, wie ist der so, da kann man einfach mal zum Beispiel unter einem Beitrag kommentieren und schauen, wie reagiert der so, was ist, wenn ich eine Frage stelle, kommt da eine freundliche Antwort, die mir irgendwie zusagt oder kommt irgendwie, weiß ich jetzt nicht, gibt bestimmt auch welche, die dann vielleicht genervt oder patzig antworten oder so, da weiß ich dann vielleicht auch direkt, okay, das ist jetzt eventuell nicht so derjenige für mich. Da kann man einfach schon mal so ein bisschen vorfühlen. Ja, ich meine, was hat man zu verlieren? Wir Trainer nehmen ja nicht übel, wenn derjenige dann doch sich anders entscheidet oder sich nicht mehr meldet. Das ist halt ganz normal. Also man, ich finde, wenn man halt eine Angst hat, kann man das vielleicht auch ehrlich kommunizieren und sagen, ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ich habe noch nie Personal Training gemacht, ich weiß gar nicht so richtig, wie das abläuft. Das ist auch völlig okay. Ja, dann spricht man das halt einfach offen an. Und ich finde, das ist auch total unverbindlich, wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe, eine Anfrage für ein Training oder was weiß ich, dann bin ich ja jetzt nicht im Gefängnis gefangen und du bist jetzt für immer mein Kunde und ich lasse dich nie wieder weg und keine Ahnung. Wir haben ja keine Abo-Modelle, sondern die Leute zahlen, wenn sie trainieren und wenn sie nicht kommen oder nicht trainieren, dann passiert halt nichts. Ja, und es spricht ja nichts dagegen zu sagen, ich mache einfach, nehme mir einfach mal eine Stunde und sehe das wie so eine Art Probestunde. Das ist ja auch was beidseitig. Ich gucke, was ist das halt für ein Typ? Spricht der mich an? Kann ich mir vorstellen, mit demjenigen langfristig zusammenzuarbeiten oder nicht? Ja, und ich kann ja genauso gut sagen, als Trainer, sorry, irgendwie passt das halt von der Sympathie nicht oder so. Es kann ja auch von Trainerseite so sein, dass man sagt, so, nee, das ist halt schwierig. Ich kann dir nicht helfen. Such dir lieber jemand anderes, der besser zu dir passt. So, da muss ja auch eine gewisse Grundsympathie da sein, weil sonst macht es weder dem Kunden Spaß noch dem Trainerspaß, die Stunde miteinander zu verbringen. Ja, dafür gibt es einfach zu viele Trainer, die dazu ist eine viel zu große Auswahl. Ja, und zum Thema Verbindlichkeit, es gibt eigentlich, bei mir zumindest, gibt es überhaupt keine Verbindlichkeit. Selbst wenn man sagt, man macht eine Stunde und er sagt dann danach, ich habe es mir anders überlegt oder ich habe einen anderen Trainer gefunden, hatte ich auch schon, dann ist es völlig okay, kein Problem. Oder selbst wenn man zwei oder drei Trainingseinheiten genommen hat und dann halt feststellt, naja, vielleicht doch nicht, dann ist es halt so. Ich hatte halt auch eine, die hatte Interesse, Personal Training zu machen. Hätte ich mich auch gefreut, wenn es halt zustande gekommen wäre. Also ich habe halt eine ausführliche Anamnese mit ihr gemacht, habe mir sehr viel Zeit genommen, also auch wirklich anderthalb Stunden mit Gespräch, dann auch die ganzen Fitness-Tests gemacht und auch ein Functional Movement Screen. das noch umsonst auch und dann habe ich halt eine komplette Trainingsstunde mit ihr gemacht und dann hat sie, habe ich erst mal eine Weile nichts von ihr gehört und dann hat sie mir dann irgendwann gesagt, ja, ich habe mich halt noch weiter umgeguckt und habe mich dann halt für jemand anders entschieden. Wobei sie es halt schon von vornherein gesagt hat, das hat sie klar kommuniziert, sie will erst mal verschiedene Trainer austesten und dann suchst du sich halt denjenigen aus, der am besten halt zu ihren Zielen oder zu ihren Bedürfnissen halt passt, ja, und das ist absolut okay, da muss man ja gar keine Angst haben, jetzt einen Trainer anzusprechen, man geht halt keine Verbindlichkeit ein, ja, es kann jederzeit gesagt werden, nee, ich möchte doch nicht, ja, also, um halt die Angst einfach zu nehmen, ja, es gibt keine Verbindlichkeit, es ist halt keine versteckten Klauseln oder so, wo ich dann halt ein Häkchen mache oder irgendwas unterschreibe, wo ich dann halt irgendwie Geld für bezahlen muss, bei mir zumindest nicht. Ja, das ist bei mir auch so bei den Personal Training Stunden, da kann man auch einfach eine einzelne kaufen, klar, wenn man die Zehnerkarte kauft, dann entscheidet man sich natürlich selbst für eine gewisse Verbindlichkeit, das ist dann ja, deswegen diese Zehnerkarte, die wird halt auch vorausgeschaltet, ne? Genau, genau, das muss man halt auch nicht sofort in Anspruch nehmen, man kann ja auch erstmal ein, zwei, drei Einzelstunden nehmen und dann schauen. Bei dem Langzeitcoaching, das ist natürlich bei mir so, das ist halt dann auf langfristiger ausgelegt und je nachdem, für was für eine Laufzeit man sich entscheidet, hat man dann halt auch finanzielle Vorteile, also je länger das läuft, umso weniger kostet es. und ich habe halt schon auch bei dem Langzeitcoaching so eine Mindeststaffelung, also weniger als drei Monate mache ich in dem Langzeitcoaching nicht, weil man da drunter einfach keine Resultate erzielen kann, was jetzt so Langfristigkeit angeht, wenn halt da das Ziel ist, über einen langen Zeitraum irgendwie entweder halt abzunehmen oder Muskeln aufzubauen oder so. Ja, genau, aber das ist ja halt das, wie gesagt, halt das Coaching und nicht das Personal Training. Ja. Jetzt sind wir schon bei 1, 1 Stunde 45. Ursprünglich wollten wir heute nur eine Stunde aufnehmen, aber dann machen wir halt einfach zwei Folgen draus. Und ich hatte Matthias auch im Vorfeld gesagt, dass ich eigentlich nur bis um 8 Zeit habe, weil heute nämlich das Basketball Champions League Finale ist. und die erste Halbzeit schenke ich mir. Ich werde dann halt bei der zweiten Halbzeit mal reinschalten, sodass ich ja ein bisschen wenigstens was noch davon sehe. Ich würde halt gerne noch eine Frage beantworten, damit sich, ja, das ist auch ein komplett Paket des Personal Trainings dann geschnürt ist. Woran erkennst du einen guten Personal Trainer? Und da gibt es halt mehrere Punkte, woran man das halt erkennen kann. Einen hatte ich ja vorhin schon genannt, ist der Preis. Ja, wenn ich sehe, die Stunde kostet unter 50 Euro, muss ich mich dann, muss ich dann wirklich fragen, ob das ein guter Trainer ist oder nicht. Also, ich würde sagen, nein. Es geht ab 50 Euro aufwärtslos, das muss man halt wissen. Dann, weiterer Punkt ist Fachwissen und Qualifikationen. Das ist etwas, was man vielleicht noch nicht in der ersten Stunde so richtig erkennt, weil der Trainer, der kann ja theoretisch irgendein Bullshit auf seine Webseite schreiben, kontrolliert ja keiner die Qualifikationen oder Abschlüsse oder was auch immer. Aber wenn man halt ein bisschen mehr Zeit mit dem Trainer verbracht hat, dann merkt man schon, ob der was auf dem Kasten hat oder nicht. Ich meine, die Kunden sind ja nicht blöd. Ist das wirklich, kann ich ja theoretisch auch selber dann im Nachhinein nachgucken, stimmt das jetzt, was er gesagt hat oder nicht. Also, ein guter Trainer verfügt auf jeden Fall über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Anatomie, Physiologie, Trainingsprinzipien und auch Ernährung und hat auch wirklich echte Trainerqualifikationen, ja, Fitnesstrainer B-Lizenz, Fitnesstrainer A-Lizenz oder hat halt Sport studiert oder noch diverse Zusatzqualifikationen gemacht, Weiterbildungen und er hält sich auch selber immer auf dem neuesten Stand. Also, wenn jetzt ein Trainer sagt, er war wieder hier auf dem und dem Sportkongress, also auf der Fitnessmesse FIBO oder Hamburger Sportkongress, um sich halt auch weiter fortzubilden und auf den neuesten Stand zu halten, dann spricht es halt auch für einen Trainer. Darüber hinaus, Erfahrung habe ich ja auch schon genannt, ja, je erfahrener ist, desto, ja, desto besser natürlich für den Kunden, desto, und halt auch die Referenzen, also Kundenfeedback, dass halt auf der Webseite zum Beispiel irgendwelche Referenzen stehen oder da hat der Trainer auch draufgeschrieben hat, mit wem hat er schon trainiert oder was weiß ich, das ist dann auch ein Qualitätsmerkmal, würde ich sagen, ja, die Erfahrung, die Referenzen und man merkt das halt auch an der Anpassungsfähigkeit des Trainers, ja, ist der, hat der Trainer einfach so seinen eigenen Plan im Kopf und wird ihn so durchziehen, ja, was ist, wenn mal etwas nicht so läuft, wenn er, ich mache jetzt irgendeine Übung mit dem, mit dem Kunden und der Kunde sagt, so, ah, nee, das tut mir aber weh, das kann ich nicht machen, ich habe hier stechende Schmerzen, ist der Trainer in der Lage, eine Alternativübung zu finden, die dem Kunden keine Schmerzen mehr bereitet, wo vielleicht die gleiche Muskelgruppe trainiert wird oder halt eben nicht, ja, dass er sich halt an die, an die Bedürfnisse halt anpasst, das ist halt auch, finde ich, was einen guten Trainer ausmacht, dass er da halt nicht bei seinem starren Plan bleibt, sondern da durchaus auch flexibel ist und seinen Plan anpassen kann, ja, wenn etwas nicht so funktioniert, wie man sich das halt wünscht. Dann finde ich halt das Thema Motivation halt auch wichtig, ja, für den Kunden, dass der Trainer, ja, den Kunden halt motiviert, dabei zu bleiben, regelmäßig zu trainieren, ohne, dass man jetzt der Drill-Sergeant unbedingt sein muss, aber man kann halt auch auf andere Art und Weise motivieren und unterstützen, dass der Trainer halt auch einfühlsam ist und unterstützen und motivierend ist, ja, diese Empathie ist, glaube ich, halt auch ein wichtiger Soft-Skill von guten Trainern, ja, dass das nicht irgendwelche, gute Trainer sind halt keine Fachidioten, ja, sondern die sind empathisch, meiner Meinung nach, ja. Kommunikation und Interaktion ist halt auch ein wichtiges Thema, ja, dass während des Trainings viel miteinander kommuniziert wird, ja, dass der Kunde halt ein Feedback gibt, wie fühlt sich das jetzt an, ist das Gewicht vielleicht, also der Trainer kann ja nicht immer genau sagen, so und so viel Gewicht, das muss halt auch der Kunde sagen, fühlt sich das jetzt einfach zu viel an oder tut hier irgendwas weh oder halt nicht, das muss halt eine permanente Interaktion halt auch stattfinden und zeichnet halt auch einen guten Trainer aus, dass er halt permanent mit dem Kunden kommuniziert und Professionalität, auch ein weiterer Punkt, der einen guten Trainer auszeichnet, der Trainer ist halt zuverlässig, er hält sich an die Termine, der ist pünktlich, der ist respektvoll, der erhält sich an ethische Standards, der arbeitet einfach professionell und auch diskret, ja, also es ist jetzt nicht so, dass er der, wenn wir zum Beispiel ein Thema Datenschutz sind, dass der Trainer jetzt über einen anderen Kunden lästert hinter dem Rücken oder sowas, das ist halt unprofessionell, ne, also schon gar nicht, wenn man halt irgendwelche Namen nennt oder sowas, ne, man kann zwar hin und wieder mal so ein paar Beispiele nennen, aber ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ja, also das ist, das möchte man ja auch nicht als normaler Mensch, dass irgendjemand hinterm Rücken über einen komische Sachen sagt und so ist es halt auch, zeichnet auch einen guten Trainer aus, also all diese Soft Skills, diese Menschlichkeit, die, die, die gelten halt auch für einen guten Trainer und der Trainer sollte halt auch irgendwie seinen Job lieben, ja, der sollte es nicht machen, um halt Geld zu verdienen, sondern er sollte wirklich auch mit Leidenschaft dabei sein und mit Engagement und das merkt man halt im Trainer auch ziemlich schnell an, liebt er seinen Job und ist er wirklich mit Leidenschaften und Engagement dabei oder macht er das halt aus irgendwelchen anderen Gründen? Wenn ich zum Beispiel den einen oder anderen Lehrer zum Beispiel sehe, frage ich mich auch, ob die wirklich gerne Lehrer sind in der Schule jetzt oder ob die das halt nur machen, weil, weil man halt verbeamtet ist, weil man halt viele Ferien hat, weil man halt gutes Geld verdient, ne, was sind die Motivationsfaktoren und da unterscheiden sich halt gute Lehrer von schlechten Lehrern, die halt, die einen sind halt wirklich mit Leidenschaft dabei und wollen halt wirklich Inhalte vermitteln und die anderen machen das halt aufgrund von anderen Privilegien. Ja, das sind halt so wichtige Punkte, die einen guten Trainer auszeichnen. Fällt dir noch was ein, Matthias? Ganz schön viel genannt jetzt. Ja, das war ganz schön viel, das stimmt. Ja, was man auch so schauen muss, finde ich, das ist jetzt so ein bisschen speziell, speziell für, für einen Bodybuilding Trainer, aber man kann halt schon auch schauen, oftmals werden halt Trainer genommen, die Leute auf Wettkämpfen hatten, die dann enorm erfolgreich abgeschnitten haben und natürlich spricht das in einer gewissen Art und Weise für den Trainer, jetzt speziell im Bodybuilding Bereich, aber da kann man natürlich auch nochmal schauen, was hatte der denn für Leute, die da jetzt so abgeräumt haben, waren das Leute, die eh schon vorher irgendwie gut mit dabei waren, die eh auch schon vorher irgendwie mal eine Saison hatten, wo die relativ gut abgeschnitten haben, die vielleicht, naja, ich sag mal so, wo halt günstig die Lorbeeren abgegriffen werden konnten, was jetzt auch gar nicht böse gemeint ist, auch gute Leute brauchen natürlich ein Coach, der die dann begleitet und so und das sind dann auch natürlich sehr gute Coaches, aber man kann halt auch vielleicht einfach mal schauen, hat der einfach jemanden, zum Beispiel, der vorher deutlich übergewichtig war, einfach geholfen in eine gesunde Körperkomposition zu kommen, hat der ja halt auch Leuten geholfen, die nicht die beste Voraussetzung hatten, dann halt doch irgendwie ihre Ziele zu erreichen. Ja, das stimmt wohl. Okay, Matthias, dann würde ich sagen, haben wir ja über sehr ausführlich über das Thema Personal Training gesprochen, war für mich sehr lehrreich, auch deine Seite intensiver kennenzulernen und deine Werte und deine Meinung zum Thema Personal Training zu erfahren. Ja, andersrum genauso, war sehr spannend und interessant. Und dann, ja, ich hoffe, ihr als Zuhörer habt halt auch was lernen können. Ihr habt jetzt nicht mehr so eine große Hemmschwelle, uns zu kontaktieren. Mich könnt ihr gerne, wenn ihr im Bereich Berlin wohnt, insbesondere im Pankow oder im Prenzlauer Berg, aber auch an angrenzenden Stadtbezirken, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Schreibt mir einfach eine E-Mail über info at sebastianfinis.com und, ja, und ihr, Matthias, könnt ihr im Bereich Bamberg und Oberfranken, das ist, glaube ich, erreichen. genau. Genau, und sonst für, sonst Langzeitcoaching gilt halt auch online, das ist dann egal, da könnt ihr auch in Afrika leben und wenn ihr aber halt direkt Personal Training Stunden haben wollt, dann genau ist es halt so im Bereich Bamberg-Oberfranken, schaut ihr einfach mal auf coach-matthias.de und findet da auch einfach die Kontaktdaten zu mir und so ein Kontaktformular könnt ihr einfach mal schreiben. Ja, also keine Hemmungen, keine Angst, wir beißen nicht, alles ist unverbindlich und, ja, man hat nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. In diesem Sinne, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen guten Morgen, wann auch immer ihr das hört und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut, alles Gute euch. Ciao, ciao. 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 Ciao.